Hi Leute, heute geht es um die Wunderpille, dass du nie mehr krank wirst und trotzdem so leben kannst, wie du möchtest. Ich möchte heute mal darüber sprechen, dass viele denken, du kannst nüchtern werden, ohne aufzuhören Alkohol zu trinken. Das ist ungefähr das, was die Leute mit ihrem Lebensstil erwarten. Sagen, ich habe Krebs, ich habe Diabetes, ich habe diese und jene Krankheit. Warum nur? Es liegt einfach nur an einem unnatürlichen Lebensstil, an einem nicht artgerechten Lebensstil. Und die Leute sind da am rumdoktoren, was gibt's für Heilungen gegen Krebs, was gibt's für Heilungen gegen diese und jene Krankheiten. Da gibt's keine Heilmittel dagegen. Es gibt keine Heilmittel gegen diese Krankheiten, wenn du nicht anders lebst. Das ist eben wie, wenn du erwartest, nüchtern zu werden, ohne aufzuhören Alkohol zu trinken. Wenn du nicht auch fährst, Alkohol zu trinken, dann wirst du nicht nüchtern. Du kannst jetzt sagen, du kannst es unterstützen, du kannst irgendwie Wasser trinken, dann kannst du den Alkohol wieder schneller ausleiten und kannst es einfach ein bisschen eindämmen, sag ich mal, den Alkohol, damit du ihn vielleicht nicht so spürst, damit du, ja, wieder nüchtern werden willst. Aber das funktioniert nicht. Du musst einfach aufhören, Alkohol zu trinken, wenn du nüchtern werden möchtest. Und so ist es genauso mit diesen ganzen Krankheiten. Da brauchst du kein Mittel zu erfinden. Du musst einfach nur wieder natürlich leben. Es gibt kein Mittel, das du zu dir nimmst und dann geht der Krebs weg. Du musst aufhören, dich mit irgendwelchen Mist voll zu stopfen. Wenn du verarbeitete Lebensmittel isst, wenn du raffinierte Öle, Fette, hochverarbeitete Lebensmittel, Industriezucker, Salz, Fleisch, tierische Produkte isst, Antibiotika, Medikamente, dann wirst du krank. Das ist nicht vermeidbar. Genauso wirst du krank, wenn du dich nicht bewegst, wenn du keine frische Luft hast, wenn du einfach nicht artgerecht lebst. Diese Welt ist perfekt für den Menschen, wenn er sich von frischer Luft umgibt, wenn er natürlich Sachen isst. Dann wird man gesund, wenn man sich bewegt, frische Luft atmet, eine artgerechte Ernährung hat, eine natürliche Ernährung, keine verarbeiteten Lebensmittel, dann wird man wieder gesund. Und das ist kein Geheimnis, das ist einfach so bei jedem. Aber es bringt nichts zu denken, hey, da gibt es irgendwie das Wundermittel und es hilft dann und dann werde ich wieder gesund. Das ist einfach nur, das sind Betäubungen, das sind Scheinheilungen, das ist keine wirkliche Heilung. Heilung geschieht einfach, wenn du dem Körper die Zeit dazu gibst, wenn du aufhörst, in einer verschmutzten Umgebung zu leben, wenn du aufhörst, Medikamente zu dir zu nehmen, andere Schadstoffe zu dir zu nehmen, Schwermetalle und verarbeitete Lebensmittel, gekochte Lebensmittel, dann ja, dann wirst du wieder gesund. So, dann kommen aber halt Heilkrisen. Die interpretieren dann viele falsch, aber das wisst ihr bestimmt, wenn ihr schon mehrere Videos von mir geschaut habt, was dahinter steckt. Dass man sich phasenweise durch eine gesunde Ernährung, durch einen natürlichen Lebensstil, ob man schlechter fühlen kann, weil dann der ganz alte Mist, der eingelagert wurde, wie bei einer Mülldeponie, der muss dann wieder rausgeschafft werden. Wenn es rausgeschafft wird, da wird es nur zum Vorstein gebracht, was du irgendwo in ein Regal gesteckt hast, Tür zugemacht hast, ist trotzdem in deinem Körper. Hast vielleicht schön die Tür zugemacht, dein Körper schaut ganz toll aus und dann machst du aber mal die Schranktür auf und da kommt ein Haufen Müll raus. Ja, so läuft das. Auf jeden Fall, es gibt keine Allheilmittel. Du musst einfach nur wieder natürlich leben. Du musst den Alkohol weglassen, wenn du nüchtern werden möchtest. Führt keinen Weg vorbei. Du musst dich natürlich ernähren, natürlich leben, frische Luft haben, Bewegung haben. Dann wirst du wieder gesund. Ansonsten, wenn du davon nicht loslassen kannst, wenn du nicht davon loslassen kannst, dass du irgendwie Fleisch essen müsstest oder so, dann ist es schwer, gesund zu werden. Wenn du nicht davon loslassen kannst, jeden Tag eine Flasche Wodka zu trinken, dann ist es sehr schwer, nüchtern zu werden. Ja. Das war's heute. Macht's gut. Ciao.